herzlich willkommen zurück zu lightyear frontier aber schlimmste finde ich dieses chroma zeug wenn ich sehe wie viel man braucht für ein eisenteil brauchst du zwei barren und du das genau da hinten ran und 45 von den kummer die saudi hat mich wieder dabei beobachtet habe ich gedacht ich könnte das hinter seinem rücken machen schnell hier mal eben ja 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 scheiße war mit dieses echt geht gar nichts hier problem ist wenn das zu weit weg ist dann kann es sein dass die reichweite von den kisten nicht da ist ja die ist überall für ein eimer also das ist weil hier steht immer nur dass so und so viele kisten in reichweite sind aber wir haben viel mehr geht immer weg da alter so wir machen hier eine eisenschmiede es dauert mir ja alles zu lang wir brauchen ganz viel leben und ganz viel holz so naja für eisen vielleicht brauchen wir schlimmer ja aber das können wir dann da rein tun und dann können wir bei jedem eins machen und dann dauert das nicht mehr so lange bis das dann da fertig ist und so aber das ist hart holz warte mal es ist kein normales holz lehm habe ich aber auch nicht mehr drin habe ich denn noch steine dass ich dann die dinge machen nein du willst mich jetzt verarschen ich bin hier die ganze zeit am überlegen wie ich diese kack giftigen sporen herstellen kann und du rennst jedes mal zu diesen zeichsler und sagst mir nicht dass man die einfach hier drin machen kann doch hab ich gar mal da drin machen ich komme ja wo ist mein bohrer wo ist mein komm her komm her komm her bleib hier du bist so ein mieser feigling hauptlos ab dass ich dich nicht mehr sie also ich glaube tagt hä wieso ist hier blauer kristallstraub jetzt drin ja gut ein zweiter häcksler ich weiß nicht so lange dauert das eigentlich nicht bis das habe ich mir jetzt gemacht gerade hier am arsch der welt so hast du das dann nicht wenigstens da hinten hingemacht wo wir die sachen brauchen weil es optisch schön aussieht wenn die windmühle da so rüber guckt doch die muscheln ist wieder auf aber sie ist leer ist doch gar nicht auf ist doch noch zu man die ist leer diese auch zu bei mir ist die hoffen die ist so eindeutig zu das eindeutigen knick in der optik man kann die aber auch nicht füllen nein auch kommen hier ist überall unkraut drin machst auch gar nichts weg hier jetzt ist so offen wieso hast du das hier bewässert wo nichts drin ist habe ich gar nicht ich mache da mal was rein aus dem wusste ich dass du da was rein machen wollte da habe ich gerauchen das war ja wie noch oder haben wir nichts mehr was ist das denn hier ach den farbwischer haben wir den eigentlichen aufgestellt ja da hast du doch gesagt er macht rote farbe er macht blaue war wer mal gelbe farbe jetzt macht er noch irgendwelche andere farbe ach so ja du hast die farbe gemacht ja 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 habe ich gemacht ja du warst ja fleißig ich sag du warst ja fleißig du hast ja bis auf den leben den wir jetzt noch nicht drin hatten was hier ja ganz viel reingemacht ja weil die leben habe ich ja nicht warte ich mache da hinten auch noch mal voll das tut mir leid aber das sieht so geil aus vor allem die du so warte ich mache da hinten auch noch mal voll macht so ein satz und dann buff das tut mir leid ja weil du alles in den weg gestellt hast hier überall rennt man vor ich habe keinen steinstaub mehr ach so ach dafür hatte ich steine geholt jetzt weiß ich wofür ich steine geholt habe ich habe keine steine mehr ja egal dann lass uns schlafen ich bin noch nicht ich komme nicht dahin hallo schlafen ja jetzt ist gerade links was raus gefloppt da da ist mein steinstaub drin oh jetzt bin ich dadurch überladen würdest du mich verarschen warte ich tue ich tue ich tue äh den roten hier rein so ja ja was ach jetzt habe ich das rote glas aus versehen mit ist hier noch ein bisschen platz drin ja ah sie sind gewachsen sie sind gewachsen und du Sau hast sie mir gar nicht gezeigt wer verspricht sich jetzt nass nein ich wollte das nein huch du spritzt einen anderen spieler mit wasser oh ich hab dich anscheinend doch getroffen hä spritzt mich auch mal an ne bei mir geht das nicht ja oder du hast das schon bekommen hast du mich nicht eben mal angespritzt ja habe ich ja siehst du dann hast du das bestimmt bekommen ach ne du bist doch über xbox pass am spielen da kriegst du das glaube ich gar nicht so mit ja die mama hier das unkraut mal schnell weg so drei was habe ich gesagt drei metallrahmen brauche ich eisenrahmen was auch immer also die rahmen auf jeden fall damit wir das eine ding hier endlich mal bauen können so also dieses bisschen chromameis hat uns jetzt dazu gebracht dass wir warte mal ach ne moment das ist das gar nicht hier hier das haus äh 25 24 dinger kriegen ich brauch 5 ja und ich könnte das andere nicht verbessert weil es einfach zu viel braucht und wir haben auch keine samen mehr jetzt hier drin oder ähm da muss ich gleich mal gucken ob ich die noch hab warte mal ich muss eben hä nein hast du schon wieder zwei eisenrahmen geklaut nein ich hab keine eisenrahmen wenn ja tu die mal ins haus guck mal nach und dann tu die ins haus rein ja los guck nach und dann tu die ins haus rein weil ich hab die nämlich nicht bekommen moment dann ist das haus fertig ach ne tschuldigung die lagen noch davor ich hab nichts gesagt und behaupte das Gegenteil du bist einfach unfähig du bist so unfähig so jetzt komm ich unser wunderschönes aber das könnte mal einen anstrich gebrauchen wir brauchen eine andere farbe hä wieso ist das kleiner als das da hinten hä jetzt bin ich verwirrt jetzt bin ich wirklich verwirrt wenn wir auf gemütlichkeit 3 kommen haben wir kritischer treffer schläge und schwünge mit der mit der stech stachelsäge haben die chance zusätzlichen schaden zu verursachen keine ahnung was das wird kann ich jetzt mal fünf haben ja was müssen hier ach hier muss noch leben rein ich muss noch leben machen muss fünf haben ja die sind hier drin in der kiste da geh mal weg da da geh weg geh weg du die kiste immer dahinter da kann man die sachen immer da reißen wieso hast du die kleine gemacht wieso hast du nicht die große gemacht ja weil ich weiß wie die große geht bei mir geht die nicht ich brauch aber nur fünf warte mal ähm ja dann warum nimmst du die überhaupt da raus ja weil ich die brauche sonst kann ich die Verbesserung nie machen du bist einfach unfähig ich bin einfach unverbesserlich aber ich mach trotzdem Verbesserungen hast du den verstanden hast du den verstanden ne äh was wollte ich denn überhaupt für eine Verbesserung machen warte mal das hier ne ne oh 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 scheiße hä ich hab nichts gesagt und behaupte das Gegenteil was brauchst du denn hä sag's mal ich hab jetzt alles um den Schaden meiner Säge zu erhöhen ich wollte aber eigentlich stabilere Materialien zersägen können warum machen die das so dämlich ich brauch jetzt fünf Eisenteile und zwei Elektronik nein ich glaub das dauert ein bisschen länger bis man die machen kann ähm die Reichweite ist auch nicht so wichtig ich hab aber schon wieder ganz viel gepflanzt ich brauch noch zwei blaue Linsen zwei Elektronik aus Stahl zwei Batterie Moment das war das? achso das war der Sauger ne okay ähm was ist das hier eigentlich um den Mechern den Wegbaumodus kann der Mech Fahre da auf dem Boden ja hätte ich 50 Rohkopföl könnte ich mir auch noch ne neue machen äh ja wir haben Rohkopf haben vielleicht einiges da muss man mal gucken ja aber wir haben nur ähm ähm hä wieso zeigt der mir jetzt was anderes ne du hast das gerade verbraucht dankeschön was denn? hier waren eben 29 oder so drin jetzt sind 0 drin du hast das irgendwo mit verbraucht ich weiß nicht was du gemacht hast Linsen hab ich gemacht ich dachte du brauchst Linsen nein Rotkopföl hab ich gesagt ja äh zwei rote Linsen auch ja aber das ist für den Schlauch das kann ich ja jetzt eh noch nicht machen ich darf ja die Sachen nicht machen ich darf ja die Sachen nicht machen die mich verbessern ja dann ich werd ja dazu gezwungen immer nur blöde Sachen zu machen und ich die Sachen nicht brauche ja ja jetzt weiert sie hier wieder rum ne und macht nichts produktives ich werd komplett unterdrückt vom EP okay das haben alle mitbekommen ja 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 die nächsten Dinger sind deine ja ja das ist immer wieder und dann passiert da nix nix passiert also ich meine ich könnte das mit der Säge machen muss ich jetzt dazu sagen mit der Säge was willst du denn mit der Säge überhaupt machen ja dass die dass die mehr Schaden macht dass ich da nicht so etlos lange dran rum äh ballern muss damit ich halt schneller die Sachen kriege also das ist schon nicht schlecht es ist auch nicht so teuer im Vergleich es ist halt nur nicht das was ich jetzt eigentlich machen wollte das hab ich genau gesehen hab ich genau gesehen was denn was du da gemacht hast was hab ich denn gemacht was Blödsinn hast du nein wo ist mein Rohkopföl nein jetzt sag hä nein hab ich nicht verbraucht hab ich nichts verbraucht hab ich nichts verbraucht ich hatte eben fünf Stück alle bei mir im Dings drin wieso hab ich jetzt hab ich die nicht mehr im Emmentar hä hast du was gebraucht nee warte mal Chromaisöl hab ich drin ja das haben wir nicht mehr das ist alles nee nee das da hab ich die fünf Stück von drin aber ich bin jetzt grad total verwirrt Moment wieso brauchte ich jetzt fünfmal Chromaisöl dafür die eine Verbesserung da ist auch eine Verbesserung die das braucht ich hab mir aufgeschrieben für mich dreimal Eisenbarren fünfmal das Öl und einen Energiekern ja das ist das links irgendwie ach das nein das ist das richtige ne 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 ich bin verwirrt warte mal das das hab ich nicht freigeschaltet das hab ich aber auch nicht freigeschaltet ach so das ist verschlossen das kann ich ach so ooooh also von oben nach unten bitte musst du das machen ne du musst immer erst von oben nach unten ja das 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 Öl ist ja jetzt nicht mehr da ja aber da kommt ja bald wer welches in fünf tagen ja super ja wenn du mal mehr felder machen würdest und mehr bewässern würdest würde das schneller gehen so so jetzt bin ich schon wieder überladen weil ich eine sache gemacht habe bin ich überladen wollt ihr mich hier dann total veräppeln so dieses mürzelöl brauchst du das jetzt oder brauchst du das jetzt nicht im moment nicht ne ok dann kann ich das nutzen ok was willst du damit machen ich habe mir jetzt was damit gemacht eine Verbesserung ich mache auch ganz viel mürzelöl für dich aber wir müssen ja erstmal wieder die muschel ist zusammengebrochen gerade oh dein ernst jetzt oder hast du wenigstens vorher alles hier mal gemacht ja alles bewässert nur hier vorne konnte ich nicht mehr glaube ich das sieht mir nämlich nicht so bewässert aus deswegen achso den leben wollte ich noch machen genau hier hinten habe ich übrigens einen teich gemacht ne konnte ich die geoformen hallo geh weg da mach das mach das er ist ein teich geoformt lalalala ich habe nicht zugehört was du gesagt hast keine ahnung ich weiß ich habe einen teich geo geformt lala du hast scheiße gemacht das ist mir schon klar nö doch so jetzt haben wir noch einen ist das nicht schön ich finde auch die großen sehen irgendwie schöner aus als die kleinen dinge erstens wegen den kacheln unten wahrscheinlich und zweitens weiß ich nicht die wirken irgendwie besser finde ich findest du nicht auch als die kleinen dinge da also gerade für so ein Mech ne wenn so ein Mech hier vorsteht sieht das anders aus hallo der ist doch leer ne da ist doch was drin oder nicht ne wenn du da drauf zielst und das alles und das alles äh ich kann da die die blauen bären rein machen ja dann pflanzt doch mal was hin dann mach doch irgendwas rein jetzt habe ich nichts mehr drum weine ich jetzt eher ja also kannst du dann sagen für die nächste aufnahme da kann ich halt mal äh dieses eine gebiet noch befreien ja also ich habe jetzt eine halbe stunde lang mitlaufen lassen wir haben so viel blödsinn gemacht ich glaube dass das wird auf jeden fall wieso ist das hallo ich habe die immer extra mitgegossen wieso ist die 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 gelbe blume jetzt so komisch die schwarz wollt ihr mich veräppeln das problem ist du hast keinen grünen daumen ich habe die extra mitgegossen du hast sie wahrscheinlich wieder vergessen ja warum soll ich da hinten auch gießt ja weil das unsere blumen sind vielleicht wir brauchen wieder neue ist schon wieder alles voll helfe die muscheln ist wieder auf die hat wieder den tag der offenen muscheln ich habe was anderes verstanden das war aber nur weil du es gedacht hast nein weil du so komisch am nuscheln warst ne 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 doch 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 da habe ich noch einen hinsetzen können ich habe noch neun stück die ich aber nicht rein machen kann wir könnten vielleicht mal also ich könnte schon den weg bereiten hier aber ich habe noch keinen flug dann muss ich auch mich verbessern erst dann könnte ich die beete machen die man auf dem boden machen kann warte 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 da weißt du doch noch gar nichts von ach das habe ich gelesen ja natürlich im wikipedia der der uns angefunkt hat der hat mir das gesagt aua hör doch mal auf damit aua warum machst du kieselkürbis weil wir die ja auch brauchen mit der zeit brauchen wir die sachen alle warum ist hier ne schubkarre ohne stahlbarren ach weil das ne deko karre ist vielleicht und wir die noch nicht gemacht haben und wir die noch nicht gemacht haben und wir die noch nicht gemacht haben boah ich habe keine monizierung ich habe gar nicht jetzt hat er mir dahinten das wieder alles du hast aber die eine nicht gegossen oder die kleine die wird nicht größer welche ja die fürs wasser die ich muss mal ein neues wasser holen du musst mal ich weiß nicht die venus fliegenfalle irgendwie das tut mir leid wir sind hier jetzt irgendwie total einschläfernd am reden aber wir sind auch schon total müde wir haben auch schon total spät in der nacht gerade ach so ich bin gar nicht auf der stichsäge ja ich weiß das heißt nicht stichsäge aber da steht irgendwas mit säge ich bin zu müde um richtig zu lesen deswegen ist mir das jetzt egal was du sagen willst oh ich bin schon wieder überladen das ist doch nicht normal nein wieso hast du eigentlich kein leben gemacht für die ganzen schmelzöfen weil ich dafür steine brauche steine waren nicht da hörst wieder nicht zu die ernte was sind die viecher da ja ja nein oh scheiße ich kann nicht laufen fuck ich komme aber ich kann nicht laufen oh mist 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 ich habe sie aufgesaugt gekriegt ja du musst 18 18 glaube ich oh nein da sind die wichtigen sachen jetzt alle drin mann 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 oh lauf wo kommen die ich habe zwar erhöhte grundgeschwindigkeit jetzt aber trotzdem lauf ah links 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 von mir aus die gehen zur mitte 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 und von rechts jetzt von mir aus nein du musst die wegsaugen da ist auch was drauf da ist auch was drauf saug auf jeden fall auch die ernte auf was du siehst ja ja bei dir hinten oh scheiße wir haben sie alle ja aber hier haben sie was zerstört das ist doch total scheiße ey ja ich kam wie gesagt nicht schnell genug ich bin überladen ja du bist wie immer ey du bist immer überladen aua hier setzen wir auch noch welche rein ich setze jetzt nur die dinge ja du bewässerst dann ne wieso ich weil ich erstmal wasser holen muss oder habe ich gerade warte mal nee ich hatte gerade aufgedingst noch ich war jetzt so panisch weil die jetzt hier angegriffen haben da habe ich jetzt gedacht ich hätte es nicht mehr geschafft hat sie ja auch nicht das problem ist ich weiß nicht ob das irgendwas bringt wenn man da nicht so viel drauf macht beispielsweise ne aber deinen tank hast du auf jeden fall schon mal voll abgegradet ne nö habe ich ja nichts für gehabt ja die erste stufe haben wir mit sicherheit gehabt ja die erste stufe weiß ich jetzt nicht genau müsste ich jetzt nochmal gucken ich hatte eben hatte ich ein bisschen was gemacht weil das war so saugünstig im Vergleich woher ist das Futter denn her hatte ich mir gemacht deshalb fehlte dir das eine Zeug da du willst mir nicht erklären dass du für so einen Scheiß jetzt die wichtigen Sachen weggemacht hast hallo normales Dings habe ich gemacht kein einfaches Futter ja aber für Futter Futter ist ja wohl nebensächlich aktuell und Linsen habe ich gemacht deshalb waren das von dich die Linsen sind auch nebensächlich aktuell aber die laft nicht jetzt guck mal der hat Herzen oben drauf ja super nur weil du geliebt werden willst von irgendwelchen komisch aussehenden Viechern hier in der Umgebung muss ich darunter leiden und kann jetzt die Verbesserung nicht machen willst du mich hier eigentlich veräppeln ich muss mir irgendwo meine Liebe her holen ja gib mir 100 Euro kriegst du sie auch von mir 100 Euro ich gehöre zu diesen komischen Iktussen da die sich immer immer am schminken sind wenn die Scheiße labern vor der Kamera oh Gott sei froh dass du kein TikTok hast ich nutze es zwar auch nicht aber wenn man sich die Videos einguckt es ist schrecklich ach warte mal hier ist auch wieder achso deswegen ist es so hell sag das doch ja aber ich würde sagen nach dem ganzen Chaos und weil wir jetzt auch so müde geworden sind oder ich immer noch bin besser gesagt dass wir hier erstmal aufhören ich schmeiß jetzt noch wahrscheinlich offline gleich nochmal ein paar von den Dingern hier rein dass ich dann auch ein Leben wieder machen kann und ja dann gehen wir auf jeden Fall auch raus oh warte mal da hinten ist noch ein größerer Felsen dann gehen wir auf jeden Fall auch raus und dann müssen wir mal gucken was wir beim nächsten Mal machen also wir müssen auf jeden Fall auf die Erweiterung hin arbeiten damit wir das was müssen wir überhaupt machen wegsaugen ist klar achso wegsaugen und das Wasser ja die beiden Sachen müssen wir verbessern also das weg ne wegspülen kann ich schon glaube ich die bessere Variante also die die wir brauchen ja ja die für den einen für das eine Gebiet aber das andere das weiß ich nicht was wir da brauchen ach da müssen wir dann mal gucken also ich hab nochmal überall die ganzen dieses Öl hier reingehauen außer das Kroba das kann ich nicht machen weil ich da keine Dinger für hab ja ich schmeiß überall nochmal hier äh ein Zerhäcksler Dings rein so dass wir dann genug ach das steht aber auch so blöd hier dass wir dann auch genug Leben machen können weißt du für die für die Schmiededinger da hinten wir brauchen aber trotzdem immer noch achso warte ich tu mal neun von dem Chromaöl da tu ich mal hier in das Ding zu bauen rein das hast du nämlich nicht gemacht äh was wirst du? ja nur dass ich dich nicht wunderst jetzt haben wir noch 14 ähm jetzt brauchen wir noch dieses eine Material warte ich schreibe das mal eben auf weil ich weiß nicht mehr genau wo das war ich glaube das kannst du aber nur mit der nochmal verbesserten Säge abbauen ne ich hab das doch schon geholt achso okay äh ich hab das ja auch freigeschalt oder wir haben das beide freigeschaltet nur ich weiß nicht mehr genau wo ich das geholt hab ich muss mir die Videos nochmal angucken ja ich weiß wo die das war in dem Gebiet was wir noch nicht freimachen konnten da war das so warte den Leben schmeiß ich nochmal kurz hier rein uiiiiiii du bist so ein blöder Arsch du bist so ein blöder Arsch du bist so ein blöder Arsch blöder Arsch darf ich dir hochhelfen Mann ich helfe dir hochhelfen ja ich hab den gerade aufgestellt aber du bist den ja wieder am unboxen vielen dank dafür zweimal schon ich mach deine dämlichen Dinger nicht die kannst du alleine machen so holz hast du auch nicht hier reingebracht was machst du eigentlich ja holz kann ich mir holen noch oh Gott also wir werden offline noch ein bisschen Lehm und Holz produzieren nein und ich sag schon mal bis zur nächsten Folge bis dann vielen dank für dein like wenn du mehr davon sehen möchtest dann darfst du mich auch gerne abonnieren